Aufgrund eines Computerfehlers wird das Lebensmittelmarkenprogramm bis auf Weiteres eingestellt. Zurzeit werden keine Anmeldungen angenommen. Alle Bewerber mit einem Einkommen melden sich bitte bei Schalter B. Danke. Wo waren Sie zuletzt beschäftigt? In Denver, Colorado. Da war ich zehn Jahre lang. Dann ist da irgendwie nichts mehr gelaufen. Die haben in einer Woche 14 Ölfelder verloren. Wir können im Augenblick überhaupt nichts für Sie tun. Sie gebrauchen Ihre Zungen, um zu betrügen. Das Gift von Schlangen kommt über Ihre Lippen. Ihre Münder sind voller Bitterkeit und Flüche. Und auf Ihrem Weg stürzen Sie die Welt in Elend und Unglück. Diese Teufel kennen keine Furcht vor Gott. Sie haben Herz und Verstand unserer politischen Führung an sich gerissen. Sie haben die Reichen und Mächtigen für sich eingespannt. Und uns haben sie geblendet, damit wir die Wahrheit nicht sehen. Der Geist von uns Menschen ist korrumpiert. Warum wohl predigen wir Gier? Wollt Ihr es wissen? Außerhalb unserer Wahrnehmung lauern Kreaturen. Sie saugen uns aus. Wie eine Last legen Sie sich über uns von der Geburt bis zum Tod. Wir sind Ihr Eigentum. Wir gehören Ihnen. Sie besitzen uns, kontrollieren uns. Sie sind unsere Herren. Wacht auf! Sie sind mitten unter Euch. Überall! Manchmal, wenn ich fernsehe, bin ich nicht mehr ich selbst, sondern der Star in einer Serie. Oder ich habe eine eigene Talkshow. Oder ich bin in den Nachrichten, wie ich aus einer Limousine aussteige. Und alles, was ich tun muss, ist berühmt sein. Von den Leuten gesehen werden und geliebt werden. Ich werde auch niemals, niemals alt. Und ich bin unsterblich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017